Tag Leute, Buschkraftgegen hier. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie ihr am Titel des Videos erkennen könnt, geht es heute um Knoten und Bunde, speziell für das TAP-Aufbau und das Lager. Vielen von euch werde ich zwar jetzt nichts Neues erzählen, weil ich brauche euch das Rad nicht neu erfinden. Knoten sind halt Knoten. Aber vielleicht sieht ihr eine oder andere mal einen neuen Knoten, den ihr dann beim Buschkraften benutzen könnt. Jede gute Tour beginnt mit der guten Vorbereitung, sprich, habe ich mich und meine Ausrüstung gut vorbereitet auf die Tour, geht in den meisten Fällen die Tour auch gut aus und ich habe mehr Spaß dabei. Was ich damit sagen will, um aufs TAP oder auf den Lagerbau zurückzukommen, bereite ich meinen TAP schon irgendwie vor. Sprich, mache ich die Schnur schon an den bekannten Ecken fest, sodass ich, wenn ich sie raushole, einfach nur zack loslegen kann oder nehme ich die Schnur extra mit, also separat, nicht festgemacht, um halt ein bisschen modularer dazustehen, muss jeder für sich selber entscheiden. Also ich nehme meistens extra mit, also separat, weil ich ja jetzt mehrere TAPs habe und so dann auch individuell entscheiden kann, okay, wo mache ich es ran und ja, ist dann halt einfacher. Jedoch, wenn ich weiß, ich habe keine Zeit oder ich bin jetzt irgendwie, ja, auf einer Durchschlageübung oder so, dann macht es natürlich Sinn, die Sachen schon fertig dran zu machen, wie zum Beispiel ein Poncho oder so, dass ich den Poncho rausziehe, habe die Ecken, sind da schon Schnüre dran, abspannend fertig und kann mich um andere Sachen kümmern. Aber wie gesagt, muss jeder für sich selber entscheiden. Um jetzt mal auf die Schnur zurückzukommen, hier habe ich einen guten Trick vom Kumpel gekriegt, wie man sie super transportieren kann, so natürlich nicht. Ich nehme jetzt das Ende, ich komme ein Stück näher, das Ende macht, jeder kennt ja wahrscheinlich den normalen Knoten hier, der Sackstich, wenn man den doppelt macht, ich zeige den auch gleich in dem Detail, dann kennt ja jeder, wenn sich Sackstich in Tropfenform. Das ist so der Anfang und jetzt, man kann auch eine andere Schlaufe machen, wie man möchte, wickele ich halt es einfach um meine Finger, ich habe es einfach um meine Finger gewickelt, bis ich ungefähr, ja, sagen wir, einen Meter über habe, also muss man je nachdem, wie lang das knäutet, also ich kann es natürlich auch um andere Sachen wickeln, was ich halt ein Stück über, ziehe das ab, halte es halt hier so fest und wickele erst dreimal oder ein paar Mal nach oben, um dann wieder nach unten zu wickeln, so, und jetzt nimmt man das Ende hier und stopft es einfach hier zwischen. So, einfach zwischengestopft, so. Jetzt habe ich so ein Bündel. Und das ist super zum Transportieren, weil wenn ich jetzt die Schnur brauche, greife ich einfach nur, nehme die Schlaufe und ziehe es raus. Ganz einfach. Zack. Ohne großes Geknote oder so. Also ich finde es super. Vielleicht ja für den einen oder anderen was Neues, so seine Schnur zu transportieren. So, wenn wir jetzt unsere Schnur benutzen wollen und wir es halt rausgezogen haben, dann haben wir hier sozusagen den Sackstich in Tropfenform, um die an der Schlaufe festzumachen, einfaches Trick, der einfachste Trick ist, Schlaufe durch, Schnur durch die Schlaufe. Dann machen wir noch ein bisschen schön hier. Das zurückführen. So, und dann haben wir hier nennt sich Ankerstich dran. Einfach durchgeschlauft, zack, und das Tarp ist auch dran. So könnte man es auch transportieren. Also man hat die Schnur vorbereitet, hat schon, hat einen Sackstich in Tropfenform gemacht, mittels einen Ankerstich hier festgemacht und schmeißt es alles so in den Sack für das Tarp. Und wenn man es dann braucht, holt man es raus, Schnur ist schon dran und gut ist. Das ist eine Variante, die ich auch sehr gerne benutze, wenn ich dann halt die Schnur befestige. So, dann können wir zurückbauen. Andere Knoten die Schnur lieber direkt fest. Also ohne Schlaufe und dergleichen. Und dafür nehme ich dann, wenn ich es dann so mache, am liebsten den Achterknoten. Der geht so. Wir machen dann gehen drüber, drunter, durch. Dann hat man so eine 8. Zieh zu. Und jetzt will ich das da festmachen. Dann mache ich da aus einer 8er Knoten in der Tropfenform, indem ich mit dem Ende, das mache ich jetzt ein bisschen länger, hier durchgehe und der Schnur wieder zurückfolge. Warte, ich mache jetzt mal ein bisschen Schnur hier. So, ich gehe hier durch und folge sozusagen meinen Weg zurück. Ganz einfach. Der erste Weg zurück. Zweiter. Jetzt bin ich hier auch wieder doppelt. Und dann wieder zurück. Und dann sieht man, ich habe einen doppelten 8er oder einen 8er Knoten in Tropfenform. Die Schnur ist dran. Und so. Und so kann man es auch, die Schnur auch an anderen Sachen perfekt festmachen. Also der 8er Knoten ist echt top. Und da kann ich halt losgehen mit Abspannen. So, wie gerade eben erwähnt, kommen wir zum Abspannen. Da zeige ich euch dann drei Knoten, die ich ganz gerne benutze. Das ist dann, wie gesagt, einmal der Ankerstich mit einem Stöckchen drin. Um halt entgegen der Zugrichtung, also hier lang ziehe ich, meinen Tarp zu fixieren und zu straffen. Das habe ich einmal hier an der Seite und einmal an der gegenüberliegenden. Einfach aus dem Grund, ich hätte es auch nur an der Seite machen können, aber dann kann es passieren, dass das Tarp hin und her sich nach links bewegt. Darum habe ich es einmal da festgemacht. Und hier vorne. Und ich habe halt kein Spiel mehr. Das Tarp bleibt da, wo die Stöckchen fest sind auf der Stelle. Wie habe ich es drüben festgemacht? Ich bin einfach einmal um den Baum gegangen, hatte am anderen Ende den berühmten Sackstich in Tropfenform, Schnur durchgezogen und fertig war das Ding. Somit bin ich am anderen Ende hier durch die Schlaufen gegangen, vorher Stöckchen festgemacht und fertig war das Ding. Da kommt der nächste Knoten, den habe ich noch nicht vorgestellt. Weiß ich auch erst seit kurzem, durch einen kleinen Leergang sozusagen. Das ist hier der Schlaufknoten, glaube ich, nennt sich der einfach nur. Damit kann ich in einer Schnur, wo beide Enden fest sind bzw. benötigt werden, mittendrin eine Schlaufe erzeugen. Ganz wichtig ist dabei, einen Stock durchzuschlaufen, sonst würde sich der Knoten zu fest ziehen durch die Belastung und wir kriegen ihn, ich will nicht sagen, nie wieder auf, aber es wird sehr schwer, ihn aufzumachen. Deswegen immer ein Stöckchen rein und gut ist. Danach geht man halt, wenn man hier die Schlaufe hat, einmal um den Baum, kommt hier wieder zurück, geht durch die Schlaufe und kann das Seil spannen. Dann kommen wir schon zum dritten Knoten, das ist der Schleifknoten, das ist jetzt hier alles nur Schnur, die über war. Das ist sozusagen eigentlich nur ein Sackstich, den man nicht ganz verendet hat, also man müsste ja mit der Schnur alles nach da machen, sodass es nur ein Ende ist. aber dadurch, dass man hier eine Schlaufe gemacht hat, hat man halt die Möglichkeit, ich ziehe hier dran, die Schlaufe wird kleiner und wenn ich ganz raus bin, man sieht es hier, also wenn das alles hier raus ist, geht der Knoten auf, die Spannung geht von der Schnur runter und ich kann das ganze ratzfatz einpacken. So, jetzt zeige ich euch nochmal den Teil mit dem weißen Paracord. So, sprich, wir fangen jetzt an. Ich habe jetzt meine Schnur wieder rausgezogen, habe ja hier noch meinen Sackstich-Tropfenform, gehe um den Baum oder hier ist jetzt Bäumchen, ziehe die Schnur durch, oh, hat sich schon der erste Stock verheddert. Und habe schon sozusagen, hier sieht man es, meinen ersten, also meinen ersten Befestigungspunkt. So, möchte ich jetzt den Ankerstich machen und das Tab da, also fixieren, war ich ganz einfach, ich mache sozusagen ein Auge und lege das drüber. Einfach so, so drüber. Wenn ich jetzt ein Stöckchen nehme, hier durchgehe und zuziehe, dann habe ich hier so meinen Befestigungspunkt, wo dann, sag mal, hier jetzt die Tabschlaufe wäre, also so müsste ich dann erst Tab aufziehen und dahinter gehen und dann da das machen und könnte das Tab fixieren daran. Das Ganze geht auch, wenn die Schnur schon auf der anderen Seite fest ist, dann muss ich halt nur ein bisschen Strippe geben, um halt den Knoten zu machen. So, jetzt gehen wir weiter. Jetzt haben wir sozusagen imaginär den Tab hier festgemacht. Jetzt gehen wir auf die andere Seite. Moment, ich nehme euch mal mit. So, jetzt habe ich sozusagen das Tab will es jetzt spannen. Jetzt kommt der Knoten, um mal die Schlaufe zu machen. Ich nenne es immer Schlaufe, spannen Knoten. Dann nehme ich halt, egal ob jetzt die Hand oder die, hier nachdem, wo das Seil kommt. Das Seil. Stell mir vor, dass ich es hier irgendwo feste, könnte ich es auch so machen. Aber ich habe es jetzt mal noch lose. Lege es rüber. Einmal. Zweites Mal. Ein drittes Mal. Gehe jetzt in die Mitte. Dann haben wir es so. Nun nehme ich das äußere Band. Gehe über beide drüber. Drunter durch. Ich hoffe, das sieht man gut. Drunter durch. Das wird jetzt unsere Schlaufe. Jetzt kann ich die Hand rausziehen. So. Hier haben wir jetzt unsere Schlaufe. Und die beiden Enden, das und das. Da wird der Stock durchgefädelt. Sprich, ich nehme einfach die beiden Enden, wo die Schlaufe, also hier ist ja die Schlaufe. und die beiden Enden und ziehe den Stock hier durch. Dann komme ich her. Ziehe ein bisschen Strippe. So. Nicht schön, aber selten. So sieht es dann aus. Man sieht schon, wenn der Stock nicht wäre, dann würde es sich hier schon fest zuziehen und dann wäre es gegessen. So. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen die Strippe abkürzen, indem ich einfach noch einen Baum mitnehme. Oder einen Stamm. Hat nicht viel gebracht. Egal. Und jetzt kann ich um den Baum gehen. Und durch die Schlaufe. Und das ganze Spann. Ich baue noch mal kurz um, um euch das besser zu zeigen. Und dann kommen wir zum Schleifknoten. Den letzten. So, ich habe nochmal umgebaut, damit man es hier sieht, weil hier wird der Knoten dann sein. Ich bin jetzt durch die Schlaufe gegangen, kann ihn jetzt hier richtig schön abspannen. Nimm jetzt das Ende, geh oben drüber, also die Schlaufe, das ist die Schlaufe, die später entsteht, oben drüber, unter beiden durch. Und jetzt hier das Loch, das sich hier bildet, da wieder durch. So. Und jetzt muss ich es schön nah festmachen. Jetzt dreht sich das alles noch ein bisschen. Am Stamm. Weil der Stamm, oder das Teil, wo ich es halt befestige, der stoppt auch mal den Knoten. Wenn es hier ist, dann kann es sein, dass er ab und zu immer wieder mal ein bisschen rutscht und so die Spannung verliert. Aber wenn ich es hier schon festmache, dann passiert hier gar nichts. So. Bei der guten alten bunte Wehr sagt man dann, dass die restliche Schnur, das schleifende Ende, soll man dann hier einfach drauflegen oder halt mit runterklemmen. Damit wenn man dann das alles abbauen will, einfach es nimmt, ich drehe es mal wieder ein bisschen. So. Wenn ich jetzt hier ziehe, wird die Schlaufe immer kleiner. Hupp, der Knoten ist weg. Die Spannung ist auch weg. Und ich kann mein ganzes Graffel schnee, also ganzes Tarp, also hier so schnell durchfädeln und das Tarp wegnehmen und auf geht's. So, zu guter Letzt noch ein kleines Gimmick, was ich glaube ich schon mal vorgestellt habe, aber doppelt hält besser. Wenn ihr nicht wisst, wohin mit eurer Ausrüstung, sagen wir mal, es ist auch vielleicht nass, regnet und so und ihr seid auch am Tarp aufbauen oder am Zelt aufbauen und wollt die Sachen nicht in den Dreck schmeißen, empfehle ich euch, besorgt euch einen einfachen Karabiner, muss jetzt hier nicht so ein taktischer Karabiner von ETV Nexus sein, reicht ein normaler vom Baumarkt. Nehmt ein bisschen Restschnur oder halt wie bei mir einen alten Schnürsenkel, circa 1,50, 1,80 lang. Den Schnürsenkel macht ihr an den Enden zusammen mit einem Sackstich oder einem anderen Knoten und somit habt ihr ein super ja, Hilfsmittel, um meinen Rucksack irgendwo festzumachen oder die Ausrüstung. Ich kann den doppelt nehmen, einfach durch die Schlaufe mit dem Karabiner und daran meinen Rucksack festmachen, meine Jacke, wie auch immer oder wie hier, weil der Baumstamm zu dick war, um es doppelt zu nehmen. Den Knoten vorher aufmachen, einen Sackstich mit beiden Enden machen und dadurch, kurz bevor ihr den Knoten zuzieht, einen Stock durch. Das kann ich nämlich, wenn ich das Gewicht vom Rucksack runternehme oder den Rucksack vom Karabiner runternehme, dann ist hier nicht mehr so viel Spannung drauf. Ich kann das Stöckchen ziehen, kriege den Knoten super leicht auf und kann meiner Wege gehen. Also nur so als kleiner Tipp, für den einen oder anderen sicher nicht ganz nützlich. Jetzt zum Ende noch schnell noch ein kleiner Nachbrenner. Wenn ich jetzt hier meinen Sackstich in Tropfen vor dem habe oder halt einfach meine Schlaufe, die ich hier in den Baum lege und ich jetzt nicht vorhabe, die ganze Schnur hier durchzufädeln, um es abzuspannen, weil es ja auch voll nervig ist bei 15 Meter und mehr, reicht es, wenn ich die jetzt schon ein bisschen straff nehme, hier das andere Ende, nur eine Schlaufe durchzufädeln, dadurch einen Stock oder was anderes und damit kann ich das schon alles abspannen. Sprich, ich muss nicht die ganze Schnur durchfädeln, sondern es reicht. Am anderen Ende sind halt die 15 Meter liegen irgendwo rum. Ich gehe mit dem Ende mit der Schlaufe um den Baum, schnappe mir ein Stück eine Schlaufe von der Schnur, fädel einen Stock durch und kann damit abspannen. Und wenn ich es abbauen will, ziehe ich einfach den Stock raus. Zack. Und ich habe das Ende vom Baum gelöst. So, das noch nur als kleiner Nachbrenner. So, das war es jetzt zu den Knoten und Bunden, die ich euch zeigen wollte, speziell im Tarp- und Lageraufbau. Ich hoffe, der ein oder andere hat was mitgenommen, also neun Knoten kennengelernt. Und für die anderen war es dann halt eine kleine Auffrischung von den Knoten, die sie schon kannten. Wenn ihr Fragen habt oder Wünsche, Anträge, alles einfach unten in die Kommentare oder als PN schreiben. Ich versuche, alle Fragen zu beantworten. Und ja, bis bald im Wald. Buschker fliegen.